willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja und gestern abend habe ich mich ja ganz schwer im live stream aus dem fenster gelähmt und habe gesagt ja ich habe ja schon was fertig hatte ich gar nicht aber ich sage immer besser eine starke behauptung als ein schlechter beweis hier kommt das video wir eröffnen den clan deutschland so heißt er das soll der ich nenne es mal so community clan sein wo wir einen reinen erst mal jetzt so als projekt start will ich mal sagen ein reinen rathaus neuen klankrieg starten werden ich kann den 40 40 vorstellen vielleicht wird es auch in 50 50 müssen wir mal gucken viele haben mir auch schon gesagt oder wie es ganz ganz schwierigen gegner zu finden da kann die suche sehr lange dauern das müssen wir alles sehen ich weiß es ja selber nicht aber ich denke mal lange rede kurzer sind hier natürlich voll in der wahrscheinlich update phase wissen wir ja auch noch nicht wann das update kommt aber ich will jetzt erstmal in diesem clan rein schauen und blende euch dann auch im laufe des videos die clan tag hier unten immer dauerhaft ein dann müsst ihr gar nicht lange suchen aber um diesen clan zu finden ist es auch wirklich nicht schwer er hat den ganz ganz schlauen namen sollen clan er heißt einfach so deutschland ich gebe das jetzt mal eben ein deutschland ein leerzeichen dann und dann das ist der clan in dem wir reingehen hier oben in der rathaus level 12 clan der moment close ist ich muss jetzt mal eben jemand erreichen dass das ding jetzt gleich auch offen ist so mal sehen wenn ich jetzt noch mal auf es immer noch zu an ich kann sollen okay ich kann sollen aber es ist es steht auf ihn weil only also das ist der clan hier in dem wir den clan beziehungsweise den klankrieg spielen werden ich schon mal und würde sagen rathaus 9 klarkrieg klankrieg das ist das ist der hinweis dass ich weiß wenn ihr hier reinkommen möchte dass ihr wisst worum es hier geht und wir werden auch wirklich nur erstmal nur ohne die rathaus 9 angenommen ich kann mir vorstellen das war irgendwie noch so ein spenden account die reinholen aber ich denke mal wir können auch mit dem leben was wir eigentlich haben und mal sehen ob ich denjenigen jetzt noch mal erreiche es wäre ganz schick dass mich jetzt jemand hier annimmt und damit ich in den klaren auch reinkommen hurra wir sind drin es hat mich jemand angenommen es war der bänder hier ja auch viel free alles klar das werden wir tun ich hoffe ihr fühlt euch auch ganz ganz ungezwungen und ganz ganz locker und leicht hier diesen klaren hier beizutreten also in my clan der der chef hat der barfuß hat hat endlich mal wieder einen klaren also die klantek qcg vr j00 oder auch clash of clans friste einfach beides aber wie gesagt die tag ist jetzt unten dauerhaft eingeblendet und dann könnt ihr join es steht auch noch mal in der beschreibung unten drin und ja so mitten im update geht der tote hier rein ich bin leider aus meinem letzten clan rausgeflogen ihr seht dass die pflicht ruft du bist leider zu wenig online thorsten sollte das wahrscheinlich heißen ja ist wohl war ich mache mit dem schief barfuß sie wirklich nur das nötigste aber um noch mal so ein bisschen auf das update natürlich so zu kommen für uns als ratos neuner kommt ja so ein bisschen und ihr wisst ich habe den ich habe den klein immer auf englisch stehen weil hier gibt es anscheinend immer die die meisten und andere news als im deutschen klein und es gibt natürlich oben die die registerkarte for you aber wenn wir hier unten jetzt mal ein bisschen weiter gehen die sneaks war fing ja jetzt schon in der letzten oder vorletzten woche an mit dem neuen magischen item hier mit der forschungspotion also zehn stunden forschung mal ganz ganz schnell so ähnlich halt wie die anderen potions auch und wer übrigens in einem emulator arbeitet so wie ich der sollte ihn zumindest hier im nox player mindestens zwei gigabyte arbeitsspeicher gönnen denn wenn man auf klickt hier unten dann stürzt er bei mir ist er eben abgestürzt jetzt habe ich dir mal zwei gigabyte gegeben und er stürzt nicht mehr ab danach kamen die balancing level und und levelings also die ganzen sachen ja um townhall 11 und 12 also uns als neuner interessiert es nicht wirklich danach kam operation blue skies auch das ist eigentlich eine sache da habe ich ein bisschen was im livestream zu gesagt was ich davon halte derjenige der seine acht angriffe dann ganz ganz schnell raushaut der hat eine riesenlupe danach danach kann er nämlich nichts mehr machen er kann da noch ein bisschen bilder base spielen oder klarkriege machen aber das war es dann mit angriffen aber ich glaube es ist eine ganz gute sache denn seite ehrlich ihr viel vielen legend spieler da draußen acht angriff am tag das habt ihr glaube ich im normalen leben von clash of clans nicht hinbekommen da musste es einfach so ein update geben also die wollten sind aber immer noch da nämlich in teilen 3 2 1 teilweise ja schon in champion 1 ist da gibt es auch erhöhte wartezeiten aber mal sehen wie sich das ganze entwickelt ich finde ich finde es so 50 50 ich habe so eine 50 50 meinung ich habe so ein bisschen das gefühl dass es jetzt ein dass es zwei spiele gibt es gibt jetzt clash of clans und es gibt clash of clans legende das sind so zwei spiele die ganz ganz weit weg sind denn die legende ist ja jetzt wirklich so ein bisschen nur für sich also es gibt es redesign ganz ganz witzig muss ich sagen den nächsten sneak den gibt es nicht im englischen kleid ich weiß nicht was superselder manchmal reitet da muss ich nicht draufklicken was superselder manchmal reitet da weiß die rechte hand nicht was die linke macht also wir müssen hier kurz einmal auf deutsch umstellen tatsächlich um auch den letzten sneaky mitzubekommen ich weiß nicht wie engländer das jetzt gemacht haben oder die amerikaner oder wer auch immer aber hier gab es das update beziehungsweise hier gab es die information dass auch die meisterhütte natürlich kommt gar keine frage also bilderhol 9 kommt und bilderhol 9 gut ist natürlich dass wir den otto hier rein bekommen ins dorf wenn wir dann gewisse sachen updaten ich glaube der mega tesla die kanone die kampfmaschine müssen alle max sein um den erstmal überhaupt zu bekommen beziehungsweise nicht zu bekommen sondern auszubauen und damit er dann auch auf wanderschaft gehen kann beziehungsweise der bob auf wanderschaft gehen kann so dass man sechs bauarbeiter in der normalen basis auch haben kann sehr sehr gut finde ich trainings und layout links also das muss ich sagen das habe ich gestern abend auch im leistung gesagt finde ich richtig richtig gut die trainings hier das ist natürlich jetzt für leute die 45 jahre clash of clans spiel vielleicht nicht ganz so interessant aber es gibt natürlich ein bisschen loot und es gibt die vorgefertigte armen die braucht ihr nicht bauen ihr könnt ihr eigentlich nur den lot abgreifen und könnt ein bisschen üben ich finde das sehr sehr gut muss ich sagen noch mal so truppen setzen wie setze ich in welcher reihenfolge wann und so weiter also da bin ich wirklich darauf gespannt ob die das auch ausbauen ich kann mir vorstellen dass ihr natürlich die rathausstufe haben müsst bevor ihr dann sage ich mal ich jetzt hier als rathaus neuner fange jetzt schon an die rathaus elfer und zwölfer kämpfe zu machen ich weiß nicht ob das geht ob man da nicht das passende rathaus schon haben muss und die haben dann auch die die namen so wie man sie kennt und auch einige normale taktiken die wir ja alle so kennen lavaloon oder witschlepp und so weiter wer sie noch nie gespielt hat vielleicht ja richtig vielleicht sind dies komplett neue strategien für dich glücklicherweise hat man noch nie davon gehört und kann die da so ein bisschen üben kann das ganze immer ein bisschen verfeinern und also ich dieses update muss ich sagen oder dieser sneak hier der gefällt mir richtig gut noch viel viel besser ist es die links des layouts zu teilen also das ist ja das ist ein segen das ist wirklich ein segen für mich als wirklich faulen basebauer und ich hoffe das ganze kommt uns hier in diesem klaren hier auch so ein bisschen zugute dass wir noch ein paar tolle layouts für rathaus neuen hier rein bekommen wenn das update in vorher kommt das ist halt die frage wenn das update in vorher kommt damit diese funktion noch rein kommt denn ich lasse ich der clan ist jetzt offen er steht jetzt auf ihn weit wer rein kommt und jemand ist da der euch annehmen kann also ich kann hier jetzt nicht das seht ihr mir mal nach nicht dauerhaft online sein aber ich werde ich werde hier immer mal wieder reinschauen um leute anzunehmen um mal guten namen guten tag zu sagen und dann kriegen wir den clan hoffentlich voll bis dienstag soll er voll sein sage ich mal und ich wollte eigentlich dann tatsächlich am dienstag den klaren krieg starten damit wir schön am mittwoch vielleicht schon mal so ein paar angriffe im live stream sehen denn am mittwoch denkt da bitte dran link wie immer in der beschreibung werden wir auf oder werde ich auf twitch stream und wenn man ein paar angriffe von euch sehen also auch die ratos 9 dann wäre das natürlich umso besser und umso schicker so kann ich dann so ein bisschen so also mein kleines ziel verfolgen nächste frage wäre vielleicht was macht man eigentlich mit max rathaus 9 spielt man da passt ja man spielt da passt und ich spiele manchmal ich spiele manchmal ein bisschen nachdorf hier mache ab und zu malen angriff mehr recht als schlecht naja ich halte mich halt einfach über wasser denn irgendwann wird auch diese account denke ich mal so ein bisschen bisschen höher wieder gehen und wird dann auch ein rathaus sehen werden aber das ist alles noch zukunftsmusik erst mal möchte ich mit euch ganz gerne mit diesem account hier rathaus 9 spielen und war mal sehen da bin ich gerade verrutscht ich weiß nicht warum denn ich warum der jetzt nicht als erstes auf den zerschmetterer ging sondern erst mal daneben auf die luftabwehr die waren wirklich sehr sehr uninteressant aber egal dass es muss muss nicht mehr mein bier sein ich gucke mal wo ich jetzt ja okay da kann ich jetzt die schleichschützen auf den auf den brutzler schicken die machen den jetzt auch an ihr das ist der das ist der multiminwerfer da die kampf wird jetzt weg jawohl 66% geht ja läuft ja bei mir naja läuft nicht wirklich denn meistens schleppe ich mich mit mit ein stern oder gerade so zwei hier raus der war jetzt wahrscheinlich auch wieder etwas stärker als ich lassen wir mal gerade noch auslaufen also wie gesagt der klaren hier ist jetzt auf ich bleibe jetzt drin und wenn ihr hier rein wollt und das video seht und lust hat mal mit mir einen klaren zu spielen auch die rathaus 9 es ist auch er müsste auch nicht so ein rathaus 9er sein wie ich auch ich habe mal gewonnen hier das natürlich nicht schlechter kann ich hier vielleicht doch mal was machen in dem dorf hier wir haben auch alles wir haben alles ganz gut voll ja ja plus fünf im armehlager jetzt den machen war da ist man nicht schlecht ich bin auch aber machen wir auch hier den ohrenturm auch der lohnt sich natürlich mal auszuleveln dass der bus hier ein bisschen länger ist ja ich bin ein kleines rathaus hier also meisterhütte 7 da ist noch so viel zeit hier bei mir alter falter aber auch im normalen dorf glaube ich können wir gerade ein bisschen aber ich habe ich habe noch klarenburg das ist cool ich habe noch klarenburg die geht natürlich nicht weg wenn ich nicht angreife und ich würde sagen wir suchen uns mal eben gegner und wenn ich jetzt keinen guten gegner finde ich meine ich brauche hier eigentlich nichts hier allerdings habe ich immer ganz gern die pötte voll damit sie mir auch wieder richtig richtig viel ein bisschen was wegnehmen können so rathaus 10 ein rathaus 9 naja wir sollten schon jemand machen dem war auch schaffen da haben wir ihn gefunden der ist ja mal hübsch box space im rathaus 9 bereich sieht man auch eher selten deswegen nehmen wir den mal mit wir nehmen wir mal mit ihr auch und tesla oder hatte einen versteckt man 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 naja okay es sei ihm gewinnt und ich würde sagen wir machen mit der queen hier war so ein bisschen vorarbeit und ich habe auch nur einen einen starken zauber dabei beziehungsweise ein wutzauer dabei kommen mal die kann erstmal ganz gemütlich jetzt gehen und latschen wir können glaube ich ja wir können mal zwei walküren noch mit dazu schicken dann helfen die in jedem vergleich da so ein bisschen bei die queen wegzumachen einmal ein bisschen in wallung bringen hier die queen um die gegnerische queen zu packen ok level 16 ich bin wirklich mal gespannt vor allen dingen was uns im klankrieg erwartet ob ob wir da jetzt so einen übermächtigen gegner kriegen oder ob wir da schwächere rathäuser kriegen ich kann es echt nicht abschätzen leute was da auf und zukommt keine ahnung ich nehme jetzt noch mal eine klan book mit keine ahnung was da auf und zukommt und die gehen jetzt schon mal richtung mitte das schon mal gut aber meine queen ist das schwer im bedrängnis und alter falter ich muss jetzt auch meine zauber hier nutzen beziehungsweise ich kann auch ich kann auch eigentlich hier ach den kinken jetzt habe ich den kink verpennt ok king verpennt und jetzt muss ich jedoch mal den gut nehmen bei dem wut hin gibt zwar meine ich nehmen und jetzt bin ich natürlich schon wirklich spät dran mit meinen mit meinen hobbies hier dann gehen die hobbys mal hier rein ich hoffe der hat jetzt nicht noch irgendwo irgendwo etwas was als überraschung hier ist gleich hoch ploppt für mich sondern die hocks sollen hier jetzt richtig knüppeln audi gehen jetzt gleich noch mal zurück die gehen wir gehen jetzt nicht weiter oder also ein paar gehen schon mal weiter okay dann lasse ich die da mal sterben würde ich sagen ja oder haben wir in jedem fall schon mal zwei sterne hier muss jetzt der gift zauber noch kommen für den king und mal sehen ob wir irgendwann neue ecken jetzt haben ich will es ja mal ach doch da hat ein tesla noch hoch mensch und da hat auch noch ein ok für den tesla reicht immer ein ein nun reich für den tesla und die gehen jetzt hier schon mal weiter werden jetzt hier weiter reiten ja das schaffen wir ganz gut okay aber wenn das natürlich so gut läuft im klarkrieg ich hoffe dass wir jetzt noch drei sterne 44 sekunden ich glaube der queen der queen charge war ein wenig zu lang naja wir lassen immer auslaufen und der loon hier kann auch ein bisschen machen die reiten jetzt leider nach außen weil natürlich der riese hat es nicht geschafft ein loon schafft so ein tesla ein riese leider nicht habt ihr jetzt gesehen also keine angst vor einem tesla der da irgendwo raus ploppt 23 sekunden okay dann muss ich mich natürlich ein bisschen dran halten dass ich da auch meine sterne hole ich bin echt mal gespannt wie das wird freue mich auf jeden fall auf euch und auch wenn wir dann so vielleicht update phase haben ich weiß es selber nicht gewiss ich habe dann noch andere accounts auch zu spielen aber ich bin in jedem fall hier für euch da in dem clan und wir werden ein bisschen betteln paar freundschafts angriffe sicherlich auch sehen und machen und erst mal mit dem leben was wir haben also naja ich frage hier jetzt mal an ich glaube die beiden die beiden die hier so ziemlich ziemlich offline sind ja ich glaube die werden mir kaum truppen geben können da ist nicht so schlimm wir brauchen das zeug hier noch mal nach und ich hoffe die folge hat euch gefallen also kommt mit eurem rathaus 9 in diesem clan hier im clan deutschland leerzeichen hat und spielt mit uns hier einen rathaus 9 ohne rat aus neuen klark ich würde mich freuen wenn ich ein bisschen was von euch sehe wenn ihr ein bisschen was von mir seht und bis dahin vielen dank und bis dahin vielen dank